Hallo bzw. Stras Wodir. Willkommen bei PWReview. Ihr kennt mich ja schon vom letzten Review zum Rotarmisten. Ich bin Azzerton von ULAK Entertainment und will euch heute mal einen Schritt zurück gehen wieder mal. Ich zeige euch die Uniform aus dem ersten Weltkrieg der russischen Armee. Wir sind ungefähr im Jahr 1915. Die Gynastroika-Uniform bereits Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt als Zusatzuniform zum normalen Waffenrock, basierend auf dem wie der Name sagt Gynastikhemd der russischen Armee. Deswegen auch dieser Schnitt ähnlich dem normalen Bauernkleidung, wie es zu der Zeit war, im hohen Kragen mit Knopfkragen an der Seite. Ab 1907 nach dem russisch-japanischen Krieg wurde dieses dann als Standarduniform eingeführt. Wurde dann eben der Waffenrock dann eben nur noch von Offizieren getragen als sogenannter Kittel. Wie auch später dann in der Roten Armee zwei Varianten davon. Einmal hier die Stoffvariante für Herbst und Winter und dann nochmal aus einfachem Baumballstoff dann eben für Sommermonate. Fußbegleitung eben gab es einmal die Variante wie auch bei der Roten Armee dann später mit Schnürschuhen und Bickelgamaschen beziehungsweise dann die Schafstiefel. Die waren äußerst beliebt gewesen bei den russischen Soldaten wie auch bei den deutschen Soldaten. Die russischen Kriegsgefangene haben ihre Stiefel öfters dann gegen zusätzliche Ration eingetauscht. Problem war, sie hatten bloß ein Paar. Die waren deshalb beliebt, weil das war noch ein richtiger Schusterqualität, sprich die wurde nicht industriell hergestellt, sondern wirklich handwerkliche Arbeit aus weichem Leder. Darum eben auch die Beliebtheit bei der deutschen Armee. Zur Bewaffnung. Mosinagant, Modell 1890, sprich das ist noch die lange Variante, nicht die 1890-30, die dann bei der Roten Armee eingeführt wurde. Das hier ist sogar eine Produktion aus den USA von Westinghouse. Wurde eben in den USA viel produziert während des ersten Weltkrieges für die russische Armee, aber größtenteils wurde das dann auch nicht bezahlt und nicht abgeholt. Deswegen wanderten da viele Stücke dann ins Arsenal, beziehungsweise wurden dann auch viel an Finnen dann weiter verkauft. Erkennungsmerkmal ist zu einem das Visier, das ist eben noch mit alter Linieneinteilung, eben diese alten russischen Maßeinheit und eben diesen eckigen Verschlusskammer. Das Bajonett ist auch noch etwas anders, hat dann eben nicht diesen Federdrücker wie dann eben beim 30er Modell, sondern eben einen klassischen Bajonettring. Die Patronentaschen gab es dann auch wieder ab 1915 eine andere Variante aus Stoff, die dann etwas einfacher gefertigt war und das ist eben diese frühe Variante mit zwei Kammern und nach oben zu klappen. Das Koppel, wie zu sehen ist, mit russischen Adler, Leder mit Messingschnalle. Während des Krieges wurde dann erstmal durch Eisen, durch eine einfache Eisenschnalle ersetzt und dann später wurde gesagt, ihr habt Hosengürtel, nehmt die Hosengürtel, weil dann eben auch Ledernachfuhr musste dann eingestellt werden. Deswegen hat man dann eben Ressourcen eingespart und so ist dann eben die frühe Variante noch mit diesen aufwendigen Koppel. Was ich noch vergessen hatte, war hier das Bandoyer, war dann eben nochmal zusätzlich Patronen untergebracht. Hier passten pro Kammer drei Ladestreifen, A5 Schuss rein, also zwei mal drei, sechs Stück und hier passten dann nochmal 30 Ladestreifen rein. Hat man dann nochmal etwas verbreitert dann gegen Kriegsende. Feldflasche noch an der Seite, am Anfang des Krieges aus Aluminium. Während des Krieges ist man dann zu Glas übergegangen, weil man das Aluminium für den Flugzeugbau brauchte. Mit Filzbezug und Lederriemen. Feldspaten, wir haben uns dann eben auch aus der Roten Armee kannte und dann am Anfang auch mit Leder für die Spartentasche. So hat man dann während des Krieges dann auch eingespart. Tonister waren am Anfang auch sehr aufwendig gefertigt mit großen Taschen, mit Lederriemen, Zeltbauen an der Seite dran, Zeltbesteck mit dran und während des Krieges hat man dann wieder auf dieses altbekannte Meschok-Modell zurückgegriffen, wie man dann eben auch während des zweiten Weltkriegs und danach wieder verwendete. Die Russen kampften nicht bloß an der Ostfront gegen die Deutschen, sondern waren ja in der Attente bei den Alliierten gewesen und so verlangte man dann eben von Frankreich Waffenlieferungen. Deswegen wurden dann auch viel französische Gewehre auf russischer Seite eingesetzt, aber die wollten dann natürlich auch eine Gegenleistung haben. Dementsprechend hat man verlangt dann eben Truppen nach Frankreich zu verlegen. Das Militär hat gesagt, um Gottes Willen, wir haben selber nicht genug. Auch der Zahn hat großzügig ein paar Bataillone abgestellt, aber wie die nach Frankreich kriegen. Da hat man sie mit der transsibirischen Eisenbahn an Pazifik verfrachtet, hat man sie dort dann in ein Schiff gesetzt und einmal quer durch den Pazifischen Indischen Ozean, durch den Suezkanal, Mittelmeer, um dann nach Frankreich an der Westfront eingesetzt zu werden. Dann als erstes bekommen Stahlhelme. Deswegen dann eben im ersten Weltkrieg der französische Stahlhelm, das sogenannte Adrian-Modell. Ursprünglich so ähnlich in der Farbe wie die bälkischen in hellen Brauen gewesen. Und man meldete dann nach Hause an die Heimfront nach Russland, so ein Stahlhelm ist gar nicht mal so schlecht. Deswegen hat man dann in Frankreich Modelle bestellt, aber die mussten ja dann auch wieder geliefert werden. Einmal quer um die halbe Welt. Deswegen waren die dann an der Ostfront sehr rar gewesen und man hat den glorreichen Fehler begann. Man hat nur wichtigen Kommandanten und Offizieren Stahlhelme gegeben. Da hatte die Folge, die Deutschen kriegten das irgendwann mal raus und schossen natürlich auf diejenigen, die Stahlhelme auf hatten. Deswegen war das dann eben lange Zeit bei den Russen, ein Stahlhelm war Unglücksbringer. Deswegen hat man den dann lieber weggelassen. Nochmal zu meiner Kopfbedeckung, das ist eben diese typische russische Mütze, wie man sie eben dann noch von Offiziersmützen heutzutage kennt. Das Modell geht auf der Zeit nach Assalitz, also 1805, zurück, indem man sich bei der russischen Marine abgeguckt hatte, diese Mützenform, und hatte sie dann als normale Feldmütze eingeführt. Parallel dazu eben der Lederschacko als praktisch, was dann später der Stahlhelm war. Der Lederschacko wurde dann über die Zeit immer kleiner gespart und dann ab 1907 wurde dann eben diese Mütze als Standard eingeführt, eben dann keine lederne Kopfbedeckung mehr bis dann zur Einführung des Stahlhelms und dann eben auch nicht mehr die bunten Farben, sondern dann eben dieses Felduniformgrün mit Lederschirmen. Der wurde dann eben auch noch als Sonnenschutz eingeführt. Und zudem erkennt man dann eben noch hier an der Kokade, umgangssprachlich die Pflaume genannt, dass hier eben nochmal ein Kranz drum herum ist. Das bedeutet Unteroffizier. Bei normalen Mannschaften wären dieser glatt und bei Offizieren wäre dieser nochmal ein Goldner Stern hinterlegt. Schulterklappen zu der Zeit mit Regimentsnummer. Dann eben die Rangstreifen, wie man sie dann auch später in der Roten Armee ab 1943 getragen hat. Und zudem waren das Wendeschirterklappen. Eben die blaue für den normalen Kasernendienst und dann für den Felddienst waren die unten drunter grün-oliv gewesen. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und demnächst werde ich euch bestimmt noch einiges anderes vorstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017